Etwas tun müssen Die Jacke Etwas anziehen Muss ich eine Jacke anziehen? Genügen Der Pullover Oder genügt ein Pullover? Regnen Schon Ganz Den ganzen Tag Es regnet schon den ganzen Tag. Etwas brauchen Du brauchst eine Jacke. Am besten Die Regenjacke Am besten ziehst du deine Regenjacke an. Etwas vergessen Der Schirm Und vergiss den Schirm nicht. Die Hausaufgaben Die Hausaufgaben 完成 Fertig Ich habe meine Hausaufgaben fertig. Ich kann Etwas dürfen Jetzt Jetzt Das Kind Mit den Kindern Die Nachbarschaft Tee Zuck Fußball spielen Ich kann jetzt mit den Kindern aus der Nachbarschaft Fußball spielen? rausgehen 太阳 die Sonne warm bestimmt einer der letzten schön die Sonne scheint und es ist warm es ist bestimmt einer der letzten schönen Tage im Oktober